jetzt halli und hallo meine lieben freunde willkommen zur nächsten folge von skyfactory sondern mit hexa 04 alias r2lp und mit ich glaube sonst jemanden habe ich jemanden vergessen ich habe vergessen das ist die vier herzen abzieht tschuldigung er hätte ich jetzt auch gesagt tschuldigung an was bist du gestorben mit deiner axt chris hat mich getötet ja genau so chris dafür darfst du mir jetzt helfen okay und ja wie ihr seht habe ich einen neuen texture pack reingehauen für mich einiges sind ja ich meinte jetzt von meiner sicht aus ja das wasser ist alles machen oder du das nötigste und doch ehemal ist also darfst du kabel im endeffekt von diesem bus unterhalb der steine lang zu diesem bus eine verbindung also hier die aufteilung habe ich ein bisschen so gelassen aber ich muss das hier um etwas 20 blöcke hier erweitern das heißt die plattform wird größer und ticken ein kleines bisschen kaum merkbar und jetzt noch mal ohne zu lügen das ist keine lüge gewesen naja gut stimmt bei der größe macht das wirklich nichts mehr aus also achja und wenn du da schon bist das gleiche auf anderen seite auch nochmal wer meinst du jetzt krass aber der macht mir grad die kabel weil ich bin da zu schnau zu ich mach es ihm gerade la 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 also 1 1 2 3 4 das wäre die 5 4 dahin 5 hast du dir da jetzt ernsthaft eine plattform für gebaut ja einfach weil ich es kann und einfach weil der import bus falsch rum ist äh ich drehe ihn noch umst ok geben das seine mir das meiste also du willst hier auch unbedingt von unten setzen nö siehst du und wie gesagt auf der anderen seite das gleiche nochmal dann sieht man nämlich nichts von den kabeln ja und ich glaube das war irgendwie eine bedingung für euch oder auf jeden fall muss ich gucken ja das dürfte klappen bitte was ich hab dir grad nicht zugehört was ja danke bitte jetzt weißt du wie ich mich fühle immer einmal die ganzen kabel da ja habe ich einmal rüber zur anderen seite auch noch einmal da auch verbinden und dann also du kannst hier ruhig sicher runter kommen wenn du möchtest ach so ok so halbwegs sicher wollte ich grad sagen so brauchst du eben rüber ja mach ich meine autos sind heute wieder sehr aktiv ich habe bis jetzt noch keines gehört so siehst du die und den einmal bis nach hinten hin einmal verbinden wo das kabel schon drin ist genau unter dem controller weil dann ist zumindest der import schon mal verbunden du könntest dich mal als nützlicher weisen dir ein bisschen koppel bringen wie hast du das bloß erwarten weiß ich nicht toll hier ist kein koppel mehr 3 stacks reichen die erstmal ja lecker dann zimm ich hier allgemein meine neue Ebene rein ok ja gut die brauchen wir ja noch nicht aber zum 7 brauchen wir die wahrscheinlich oder wollten wir das 7 boh anders hinbauen wo willst du denn hinklatschen unten drunter oder oben drüber bei was unten drunter und oben drüber hier hinten bei der produktionsanlage die wir eh schon bauen warte mal ich komm rüber auf der stelle auf der stelle bringt's ja auch ja kommst bestimmt irgendwann mal voran hier ach hi chris ich sehe dich vom weiten hi chris spielt gerade den kellermann für mich netterweil also er macht einen helden er macht was er ist doch ein held er macht die arbeit für dich ja genau ja alles verbunden auch nach hinten zum controller hin nee ich hab gecheatet natürlich ah gut danke dir so wo was wie hin hä die siebe die entweder im keller rein die entweder im keller rein 7x7 ganz wenn er sein ja im keller oder äh Decke drauf bauen oder ganz woanders hin Keller Kellerkind Kellerkind du musst gleich wieder beleidigend werden hä was denn so du hast doch sicherlich noch ein paar Kabel über oder hab ich was gesagt nö nö ach das Kellerkind ging nicht auf dich sondern eigentlich an uns alle ja hast du noch Kabel über danke ja ja so so das heißt der import ist schon mal geregelt jetzt fehlt nur noch der export ich kann auch was importieren und exportieren echt mhm sauerstoff woher weißt du das aber weißt du was Magier ja er ist ein Hexer ich ey ich bin Magier weißt du warum ich bin Zauberer ich kann machen dass die Luft stinkt alter der war so schlecht dass er wieder gut war ja ja ne ich weiß gar nicht warum so das ist die kleine plattform mhm und die betonung liegt auf klein sie ist auch klein was sie ist weiß ich nicht aber ja nur so als frage könnten wir ganz kurz hinter kommen einer von euch oder die besten wie beide theoretisch ja praktisch gleich ja ich muss hier nur noch ganz kurz die Kabel fertig bauen ich muss hier nur noch ganz kurz die Kabel fertig bauen so siehts gut aus so siehts gut aus eine Minute dann komm ich eben ich glaub es reicht wenn du erscheinst ne glaub ich nicht so soll ich dich jetzt erschlagen oder später du erschlägst mich so oder so den ganzen Tag von daher macht das keinen Unterschied so was gibts denn seid ihr beide da? ne krass nicht auf der Weg auf der Weg auf der Weg ach so ja ich tauche gerade wieder auf ja so was kannst du knack knack so n 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 nikau werdet ihr was wär euch lieb einmal so einfach so einen Platz zu haben wυ euch hier in ecke d.h. von. da z.o. blaststom oder das hier grund und da ihr kriegt noch eine 2- Gebade Etage d.h. das und das und noch oben noch eine 2-mal dies oder einmal das da etwas größer Entweder zweimal oder einmal so groß. Hast du mal ein bisschen Bretter für mich? Bretter? Ein bisschen? Wie viel willst du denn? Ein bisschen. Ein Stick. Mir reicht das. So. Mehr brauche ich nicht. Chris, kriege ich von dir eine Antwort? Ich hätte gerne zwei Räume. Okay, danke schön. Ich brauche nicht so viel. Ich bin nicht so der Bau-Fan. Na, Orte, du machst einfach mit. Orte. Ich werde dir gezwungen und genötigt. Ja. Ja, wenn du mir keine gescheite Antwort gibst. Ja, dann machen wir auch zwei Ebenen. Gut. Ah, ich habe mir eine Idee, was ich hier in den einen Raum reinbauen werde. Hihihi. Ähm, in den einen Raum hier unten ist es zu... Das werde ich sehen, sobald ihr fertig seid. Übrigens, da unten ist ein Zombie gespawnt, wenn du noch mal runtergehst in den Keller. No. Ich war gerade am Ausfackern, als du mich gerufen hast. Du bist so geschuld. Ja, Entschuldigung. Verklag mich doch. Nein, scheiße Kaffee! Fuck! Hä? Okay. Ist sie jetzt weg? Hast du Hunger? Oder... Hä, was war das jetzt? Durst. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Könnte sein, dass ihr gerade Kaffee irgendwo hingeflossen ist. Aber das ist pure Spekulation. Chris, hast du einmal kurz Lust, nochmal wieder nach oben zu kommen, mal gucken, wie das gut aussieht? Du nimmst eh nicht Feuerwehr, oder? Doch, würd ich. Nur ich kann währenddessen jetzt nicht weiterarbeiten. Das ist alles. So, was möchtest du denn? Boah, geil. Bist sogar da. Ähm. Wollen wir hier noch irgendwie Wände oder so hinbauen, dass wir wirklich eine Wand haben, sag ich jetzt mal? Oder wollen wir das so offen lassen? Weil ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. So, ich bin wieder da. So schlimm sieht das echt nicht aus. Hi. Jenny? Willkommen zurück. Komm mal ganz kurz einmal her. Wir brauchen einmal kurz... Ich brauch was zu essen, warte, sonst sterbe ich hier noch irgendwann. Ich hab Karotten. Kann nicht mehr laufen. Wo ist eigentlich das Fleisch, was ich gebraten hab? Lass drauf. Wie war das noch? Sternchen, Rülps, Sternchen? Also, wohinter? Hier, Herr zu mir. Oh, danke dir. Vielen Dank. Okay. Also, ähm... Du kannst du irgendwo was, 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 was grad passiert ist? Ich hab grad umgetreten, auf den Timer zu gucken, als plötzlich die Tasse, des Kaffees, äh, Kaffeetasse sich selbstständig gemacht hat. Und hat den Weg zum Fußboden gesucht. So, also, wollen wir das hier so offen stehen lassen? Das heißt, die Barrels kommen hier halt noch weg. Und, äh, das M-E-System kommt noch woanders hin, der Kram hier. Wollen wir das hier so offen lassen, oder wollen wir da noch, äh, Wände hinbauen? Dass man, äh, so gesehen nur innen den Kram sieht. Und dann hinten so ein Wartungsbereich ist. Keine Ahnung, ich, ich tendiere zu offen. Oh, das sieht so eigentlich ganz cool aus. Eben. Und dann denke ich mir, wenn man hier ein Haus entklatscht. Plus da drüben noch ein Haus entklatschen. Sieht das aus wie Haus-Klatsch, Haus-Klatsch. Haus-Klatsch. Gut, dann lassen wir das offen. Habe ich auch kein Problem mit. Okay, ähm. So, ähm. Und dann gehe ich wieder hinter. Ihr habt gesagt, ihr würdet gern zwei haben. Dann hat er sich eigentlich für mich dann hier rentiert. Pass auf, nachher kriegt Jenny so ein eigener Riesen-Villa. Ich werde mal ganz vorsichtig fragen, wie viel Zeit wir noch haben. Ja, das ist so, bis mir, ich bin dir ins Wort gefallen. Ähm, und bevor ich hier mein Handy gerade am Ruhenspinnen ist, würde ich sagen, ähm, seid ihr soweit fertig, könnten wir die Folge beenden? Äh, zehn Sekunden. Ich will nicht. Zehn Sekunden. Neun. Acht. Sieben. Du weißt, wie ich das mein. Fünf. Drei. Frau, hör auf. Drei. Eins. Noch nicht fertig? Gott, brauchst du lange. Ich hab ne andere Zeitrechnung. Zehn Sekunden sind bei mir anders. Kein Timing, der Typ. Kein Timing. Hallo, der Karl soll sich gefälligst auf die Frau einstimmen. Abstimmen. Was machen? Ach, schmarrig. Hä? Was wollte ich gerade sagen? Alter. Was du gesagt hast, ist schon genug. Ach, warum? Nee, wieso? Wieso exportiert er hier nichts hin? Auf jeden Fall. Jetzt hab ich's verstanden, was ich gesagt hab. Alter. Nein, sowas nicht gemeint. Ja, sowas nicht gemeint. Sowas wirklich nicht gemeint. Hm. Könnte ich. Ich bin scheißegal, ob du fertig bist. Wir werden die Folge. So, jetzt bin ich fertig. Dann würde ich sagen, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Be可能. Bis. Vielen Dank.